Also, selbst in deinem Verstand sind deine Gedanken, deine Emotionen, deine Zwänge, was du magst, was du nicht magst, diejenigen, die du liebst, diejenigen, die du nicht liebst, das ist alles durch Erinnerung, ist es nicht so? Es ist schon Vergangenheit. Gestern hast du jemanden geliebt. Mit dieser Erinnerung liebst du heute. Gestern hast du jemanden nicht gemocht. Mit dieser Erinnerung liebst du heute. Also versuchst du, das zu leben, was vorbei ist. Wenn du versuchst, das zu leben, was vorbei ist, dann wird das, was ist, an dir vorbeigehen. Also Yoga heißt, dich zu befreien von dieser Information, die bestimmt, wer ich jetzt gerade bin. Diese Information, welche die Farbe meiner Haut bestimmt, diese Information, welche die Form meines Körpers bestimmt, diese Informationen sollten nicht bestimmen, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich mein Leben erfahre. Aber unglücklicherweise macht es das. Also wenn du so wirst, dass diese Informationen nicht mehr bestimmen, wie du gerade bist, dann bewegst du dich in Yoga. Also täglich daran arbeiten. Täglich morgendliches Sadhana ist nur das, um langsam stetig einen Abstand zu diesen Informationen zu schaffen. Du musst sie nicht verlieren. Leute sagen, ich will vergessen. Wenn du vergisst, wirst du dieselben idiotischen Sachen immer wieder machen. Vergessen niemals. Je unangenehmer dein Leben gewesen ist, umso mehr solltest du niemals vergessen. Wenn du vergisst, wirst du dieselben dummen Sachen immer wieder tun. Es geht nicht um vergessen, sondern darum, in der Lage zu sein, zu tragen. Also nehmen wir an, heutzutage haben wir Speicherkarten. Wenn die Karte die ganze Zeit eingesteckt ist und läuft, wirst du verrückt werden. Du kannst sie in deiner Tasche tragen, kein Problem. Wenn du willst, schließt du es an deinen Computer an, andernfalls steckst du es in deine Tasche. Das ist gut. Kein Problem. Erinnerung ist immer noch da, arbeitet aber nicht zwanghaft durch dich. Wenn du willst, kannst du es bewusst aktivieren, andernfalls liegt es einfach dort. Also wenn es so ist, wenn du willst, kannst du alles aktivieren. Andernfalls kannst du es beiseite lassen. Wenn einmal diese Freiheit kommt, ist Erinnerung kein Problem. Aber im Moment ist Erinnerung ein Problem, weil sie die ganze Zeit abspielt. Die Liebe von gestern, die Abneigung von gestern, alles bestimmt, wer du heute bist. Es wird dir nicht erlauben, zu erleben, was heute ist. Es wird dir keinerlei Möglichkeiten im Leben erlauben. Es wird einfach immer weiter laufen. Du bist wie eine kaputte Schallplatte, die einfach immer wieder dasselbe spielt. Ich mag diese Person nicht, ich mag diese Person nicht, ich mag diese Person nicht. Nur gestern mochtest du ihn nicht. Heute ist es nicht notwendig, ihn nicht zu mögen. Gestern hat er etwas getan, wir mochten ihn nicht. Es ist nicht nötig, ihn heute nicht zu mögen. Aber die Erinnerung spielt ab und sagt, ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht. Ob du ihn magst oder nicht magst, in beiden Fällen ist es eine alte Aufnahme, die spielt, welche dir keine andere Wahrnehmung erlaubt. Es sei denn, du beginnst, das Leben in höheren und höheren Dosen wahrzunehmen, gibt es keine wirkliche Erfahrung des Lebens, nur der Verstand, der wieder und wieder abspielt, dieselbe Aufnahme. Also Yoga bedeutet, diesen Zyklus zu brechen. Und die Natur wird dich nicht einfach so davon befreien. Es erfordert ein bestimmtes Maß an Arbeit. Wenn du einfach so davon befreit werden möchtest, dann musst du dich vom Körper selbst befreien. Im Körper selbst zu sein, welcher ist, wie er ist, nur aufgrund seines Erinnerungsvermögens und nicht mehr ein Teil dieser Erinnerung zu sein, es sind die Grundbausteine der Informationen, die wir tragen, die diesen Körper so konstruiert haben, wie er ist. In ihm zu leben und nicht er zu sein, wird nicht einfach so kommen. Ich sage nicht, es ist schwer, aber es muss daran gearbeitet werden. Sadhana ist nur dafür. Wie einfach das Sadhana auch sein mag, wenn jeden Tag daran gearbeitet wird, langsam kann man sehen, wie ein gewisses Maß an Freiheit in einem auftritt, Schritt für Schritt, vielleicht Zentimeter um Zentimeter, vielleicht Mikromillimeter um Mikromillimeter, aber niemand kann sagen, dass es dich nicht befreit. Es wird dich langsam befreien. Wenn du rapide vorankommen willst, ist sehr viel mehr zu tun. Wenn es dir nichts ausmacht, langsam voranzukommen, ist etwas zu tun. Also morgen früh, Sadhana.